Ich hab keine Pistel, ich hab ne SMG! Dann versuch Einschluss vor Ort. Nein, mit der Pistel! ACHTEN FUSE! Vornevis, mach das! Nein. Das ist nicht klärt. Nein, du bist bei Julius tot. Mit der SMG bist du direkt instant tot. Okay, dann spreche ich dir. Okay, dann spreche ich dir. Ich hab 5 HP, das lohnt sich. Kannst du das wirklich machen? Ja. In Fuß. Ja. Ich hab ja schon den Bildschirm zugehalten mit den Händen, ne? Ich wollte dich hinsehen. Ja, bei mir stirbt der immer. Ja, weil du ja auch immer 3x schießt. Nein. Wenn du jemanden heilen, wenn du jemanden mit der Heilpistole treffen willst du auch den sofort. Ja, jetzt Ruhe, danke. Also, mit euch spielen, ne? Ich spiel. Okay. Ja, komm. Alles klasses! Was war das denn? Was ist da? Ach, der war rechts? Okay. Nein. Nein. Ich schratze. Nein, zum. Da! Nein, zum. Da! Nein! Fuck! Andy! Wie hast du das gemacht? Oh! Wie hast du das gemacht? Oh! Scheiße! Nee. Da sind zwei auf der Treppe. Ich hab ihn. Alex! Okay, dann ist gut. Genau, guck da, das sind zwei. Komm um rein. Guck du es noch, was der gemacht hat. Was bist du? Links da. Ja, ich bin das, passt da auf Alex. Hä? Da! Alex 2! Ob der das gesehen hat? Doch! Ich hab ihn auch gesehen. Jetzt schießt er durch. Da sind zwei! Hör auf, ne? Ich kann es alle verschießen eigentlich. Alex! Ich möchte aber nicht. Achtung! Aber, wir müssen halt deine Reaktionszeit arbeiten. Oh, auf die 12. Er hat kaum noch Leben. Alter, jedes Mal krieg ich ein Auf die Fresse. 9-0-1, nicht schlecht, Alex. Aber Alex? Da ist eben noch einer. Echt's? Lass mich, lass mich. Okay, sorry. Ich bin tot. Was? Ich hab die Frost noch getroffen. Ja, Frost, dann plötzlich hab ich ihn. Boah, Clemens. Ja, du hast den Chat noch nicht. Mann! Ah, Clemens. Er ist in der Dusche. Frost ist in der Dusche. Ich schicke rein. Nein, es ist hoch. Ja, aber Frost ist in der Dusche. Ab. Leute rein. Sorry. Leute rein. Du musst die Geisel holen, ne? Ja. Leute holt sie. Ja. Unten rechts, unten rechts. Hettet mich doch. Ich bin zu langsam. Lauf! Lauf, Mann! Gott, es ist zu langsam. Mensch, danke! Mensch, danke! Ich dachte, ich sterbe auf dem Weg. Ich komm mal nach. Wirklich. Ich dachte, da! Ab! Warte! Ja. Ich mach mal zum Anzeigen. Ey, der guckt doch noch voll dahin. Ne, hinterfam. Ja. Intensiert. Genau, der kommt jetzt jemand. Sag mir Bescheid, wenn er durch die Tür kommt. Sag mir Bescheid, wenn er durch die Tür kommt. Äh, jetzt kommt er! Ash. Nice. So. 15 Sekunden. Ich glaub, ich lass ihn mal durch die Tür. Ja, Mann. Ach, nicht. Ich glaub, mich lässt er mal durch verhersen. Ich hab den Jäger mit der Schockdrohne erwischt. Ja. Und hab ihn dann von hinten gerusht. Ja. Schock. Durchfall. Er ist direkt tot. Ja. Super Valkyrie. Okay, warum auch immer das? Ich weiß nicht, warum Bruch mich nicht umgebracht hat. Der ist gerade rausgerannt. Ich stand quasi neben den. In der Drohne, ne? Ist wieder reingerannt. Ja, gibt halt Dore, Leute. Hab ich nicht gesehen. Weil der hat die Drohne gehört. Deshalb ist er umgedreht auf die Drohne zu. Ich geh aus der Drohne raus. Banner den wieder. Treppe unten. Ist einer. Hier bei mir im Nachbarraum ist auch einer. Ich hab nicht gemerkt, wie viele Schläge... Das beantwortet meine Frage. Man braucht es, um die Platzer Platzer kaputt zu machen. Ab. Links hinten im Raum hab ich. Okay. Hä? Aim? Wurde entdeckt? Haben die wirklich zurückkehren? Oder ist denn... Ah. Hi, Kollege. Wir haben Verletzten, ne? Ich, äh, kanns versuchen. Ich werd aber ganz weit gespottet. Und bei mir war grad was. Ich werd hingehen. Nein! Der hat ge... Ey. Okay. Kassel aufm Flur. Ach, den hast du. Das war so mies. Ey, ich hab echt gedacht. Guck mal wie ich geschossen hab. Ja. Ich dachte, er wäre links und dann... Echo Drohne. Alter. Wo... Wo hab ich den Feind gesehen? Wow. Die Echo Drohne ist weg. Und ich wurde entdeckt. Das ist ne Drohne bei dir, Alex. Die musst du mal... Wird gefused auch noch. Schade. Fuse ist ja klar. Das war knapp. Wenn er nochmal fused, bin ich eventuell im Arsch. Okay. Jetzt ist dort der Kollege im Arsch. Oh. Also, ich bin dann wieder weg. Tschau. Anleg. Was ist denn da raus? Hey. Ich bekomm null mit, aber okay. Alter. You saved my life. You saved my life. Of course they did. Of course they did. You did such a good job. So, I know. There's her. There's her. Goodbye. Loading back! There's her. I don't know. I can't wait. There's a full damage on what he's missing. I don't know. Oh, wie hat der sich denn da versteckt? Ey, man ist mies, aber gut, ich hab vier Leute, das ist schon mal gut, aber... Nicht gut genug für einen. Ja, ich hätte gern EF gehabt. Wieso sind die nur noch zu dritt? Weil es ist gerade einer... Welchen kann man hier hin an die Waffe stellen? Ich komm grad nicht rein. Alter, das ist so easy. Wies du... Alter, ich muss den jetzt... Was? Ähm, Leute, guckt euch das mal an. Ich war geflasht, ich war full-flasht, ne, ich hab's nicht gesehen. Ja, das sind Level... 5, 4, 1, keine Ahnung was... Aber erstmal hab ich full-flasht einen umgebracht, also mit der Shotgun. Dann stell ich mich full-flasht neben dem Puls. Vergab den Schuss. Trotzdem noch ein Kill. Hey, what up, my friends? Ach so, du sollst da nicht rein. NUT! Hey, what up? Die Sache! Ich geh links rein, Michi. Also links gucken, Michi. Links gucken, Michi. Hast gesehen, wie ich nach vorne geflogen bin? Ziel, links. 3, 6, 7. Weiß auf, wie war den da links? Ja, hab ich mir schon gedacht, aber ich hab den angesehen. Was ist das? Den einen hast du erwischt, Michi, oder? Ja, der ist tot! Ähm... Was ist das? Das ist Low gegen Low. Äh, was war das denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Alter, was war... Der hat nichts gehabt. Aber habt ihr Ding gesehen, der mich umbringen wollte? Mhm. Ich schieb's erstmal voll daneben. Er kommt nicht mehr wieder. Er kam aber nicht drauf, genau. Ich schieb's mal aber, was war das denn? Bei dir schütze ich mal. Da ist es ja gar nicht! Ich schieb's mal! Ich schieb's mal auf! Das war mein Ding! Vielen Dank.